Achso! Wollt ihr mich verarschen? Da seht ihr Freunde, es ist wirklich so, dieses Spiel, ich weiß nicht wie anders das macht, aber es gibt kein Spiel, wo mehr Scheiße passiert als in diesem Game. Krass! Krass! Ich krieg drei Gegentore, wo ich mich frage, und das passiert ja jedes Spiel. Wie dieses Spiel, ein Fikt-Mental. Drei Stück, Freunde, und ich steh vor dem Tor mit CR7, mit R9, es wird alles geblockt. Also wirklich, ich will einfach nur mein Gold, und dann nächste Woche, Freunde, ich spiele 4-2-3-1. Ich spiele zurückfallen lassen, ihr könnt, ihr könnt alle meinen Penis lecken. manner könnt, ihr könnt, ihr könnt, am nothingen. Ja, wie schön, h retrouv ob Schuss!